Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produktkenner.de. Hier ist der Adam. Und ich werde nun versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Samuel an. Dieser hat über den Broker Roboforex geschrieben, welchen er mit 4,8 Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Roboforex im Test. Der Forex oder auch Foreign Exchange Market ist der Markt des Geldes. Hier werden Währungen von allen möglichen Ländern gegeneinander getauscht. Wer gerne reist, weiß, dass sich die Kurse zwischen den Einheiten sehr schnell ändern können und nie richtig zur Ruhe kommen. Mit diesen Veränderungen arbeitet der Forex. Über den Broker tauscht man sein Geld in eine andere Währung ein. Steht der Kurs gut, tauscht man es einfach wieder zurück und kassiert den Profit. Das ertragreiche Handeln am Forex wird immer beliebter. Doch was braucht man, um damit anzufangen und wie kommt man überhaupt in die Szene des Foreign Exchange Markets? Über Roboforex. Einer der gängigsten und beliebtesten Broker für den Forex ist Roboforex. Als Broker hat Roboforex die Aufgabe, den Kunden einen Zugang zum Markt zu ermöglichen. Über sie wickelt man alle wichtigen Geschäfte ab und muss sich somit nur um das Treffen der richtigen Entscheidung sorgen. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat das Unternehmen seinen Sitz auf der Insel Süpern. Im europäischen Raum ist Roboforex auch unter dem Namen RoboMarkets bekannt. Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um dasselbe Programm, nur ist Roboforex für den internationalen Gebrauch erstellt. Roboforex verzeichnet tausende Nutzer weltweit und wurde bereits mit mehreren Auszeichnungen betitelt. Dazu gehören zum Beispiel der Best Investment Products Award bei der London Forex Show 2017 oder der Best Retail Forex Broker von der MENA, 15th Forex Show 2017. Des Weiteren ist der Broker ein Sponsor verschiedener Sportler, zurzeit den Muay Thai und Kickboxer World Champion Andrei Kulebin, sowie das Starikowitsch-Heskes-Team bei dem Autorennen The Dakar. Tipp? Roboforex ist ein sehr innovatives und aktives Unternehmen, welches sich schnell einen Namen in der Welt der Wirtschaft gemacht hat. Welche Handelsinstrumente werden auf Roboforex angeboten? Roboforex bietet neben verschiedenen Währungspaaren, welche die Essenz des Forex sind, auch noch Aktien, Edelmetalle, Kryptowährungen, sowie andere Rohstoffe zum Handel an. Insgesamt werden aktuell 36 Währungspaare unterstützt. Damit beinhaltet Roboforex die wichtigsten und beliebtesten Angebote des Forex-Marktes. Welche Plattformen nutzt Roboforex? Das Traden passiert auf ausgewählten Plattformen. Diese sind der bekannte Metatrader 4, der moderne Metatrader 5 und ein Robomarkets-Webtrader. Die Plattformen können als handliche Apps für Handys und Tablets von Apple, Android und Windows gedownloadet werden. Die Anwendungen gibt es auch für Laptops oder Macs. Wer sich keine App downloaden will, kann die Trading-Plattformen auch einfach und direkt im Browser öffnen. Ist Roboforex sicher? Beim Handeln hat man immer ein hohes Risiko. Roboforex warnt ausdrücklich davor, dass jede Aktion auch zum Totalverlust führen kann. Deshalb sollte man immer genau wissen, was man da eigentlich tut und sich immer über die möglichen Folgen bewusst sein. Von der Seite des Unternehmens aus ist Roboforex jedoch abgesichert. Durch den Sitz auf Zypern fallen scharfe EU-Richtlinien für das Unternehmen an, welche vor allem den Verbraucher schützen. Roboforex hat eine CYSEC, Cypress Securities and Exchange Commission, Lizenz, welche eine besondere Lizenz zum Handeln unter der Aufsicht der Kommission der EU ist. Außerdem ist das Unternehmen Mitglied der ICF, Investment Compensation Fund of Cypress, durch welche die Vermögen jedes Kunden bis hin zu 20.000 Euro abgesichert wird, sollte Roboforex zahlungsunfähig werden. Spezifisch in Deutschland hat auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Roboforex registriert und bestätigt. Es handelt sich also um ein vollkommen legales, bestätigtes und renommiertes Unternehmen. Da Roboforex seine eigenen Gelder separat von denen der Kunden hält, kommt es zu keinen Komplikationen. Welche Roboforex-Gebühren fallen an? Roboforex ist ein kostenloses Programm. Es gibt verschiedene Arten von Accounts, mit denen man arbeiten kann. Dabei fallen Handelsgebühren an. Diese liegen bei 2 Dollar pro Lot pro Half-Turn. Ein Lot sind 100.000 Währungseinheiten und ein Half-Turn ist eine einmalige Transaktion. Damit sind die Gebühren relativ gering, verglichen mit anderen Brokern. Man setzt bei Roboforex nicht gegen den Broker, wie es manchmal der Fall ist. Roboforex verdient an jedem Trade. Deshalb ist das Unternehmen nicht daran interessiert, dass seine Kunden verlieren, sondern Roboforex will, dass seine Kunden bestmögliche Erfolge erzielen. Tipp! Dadurch, dass Roboforex nur vom Gewinnen seiner Klienten richtig profitiert, kann man sich auf Roboforex als ehrlichen Ansprechpartner verlassen. Die Trading-Ausbildung von Roboforex. Da Roboforex möchte, dass alle Klienten so viel Gewinn wie möglich machen können, bieten sie ein kostenloses Trainingsprogramm für Anfänger und Fortgeschrittene an. Das umfangreiche und professionelle Material ist wirklich sehr hilfreich und hat auch mir geholfen, von einem blutigen Anfänger zu einem erfolgreichen Trader zu werden. Copy Trading, Social Trading als Game Changer beim Roboforex Broker. Auch über das Copy Trading bzw. Social Trading kann man sein Können verbessern. Indem man die Trades von anderen, erfahrenen Tradern kopiert, hat man schnell den Dreh raus. So ist es auch möglich, ohne jegliches Wissen oder Können am Forex-Markt zu profitieren. Ein kostenloses Roboforex-Demo-Konto Zu Beginn meiner persönlichen Karriere habe ich den Demo-Account von Roboforex genutzt. Dabei kann man mit beliebig viel virtuellem Geld das Handeln üben und herausfinden, ob Roboforex wirklich attraktiv für einen ist. Meine Roboforex-Erfahrungen Mein Roboforex-Test Fazit Roboforex hat mir das Handeln und Geldverdienen am Forex-Markt beigebracht. Aus diesem Grund teile ich hier auch meine Erfahrungen. Ich finde, dass sich Roboforex als einer der besten Broker für Anfänger, aber genauso auch für Erfahrene eignet. Neben den oben aufgelisteten Eigenschaften beinhaltet Roboforex natürlich noch viele andere Vorteile. Der kostenlose Broker agiert sehr professionell, hat keine Mindesteinzahlung, bietet sehr hohe Hebel an und hat einen sehr hilfreichen, komplett deutschen Kundensupport. Über die kostenlosen Lernmittel und den Demo-Account konnte ich mich vor zwei Jahren mit dem Forex vertraut machen. Damals, noch ohne jeglicher Vorahnung, konnte Roboforex mir alles vermitteln, worauf es ankommt. Inzwischen bestimmt der Markt mein Leben und ich fühle mich gut darüber, mein Geld investieren und multiplizieren zu können. Durch das Handeln habe ich nach zwei Jahren sechsstellige Profite. Roboforex hat mir dabei geholfen, mein Leben umzudrehen und völlig neue Perspektiven gesetzt. Obwohl anfangs viel Arbeit damit verbunden ist, hat sich das zeitliche Investment in Roboforex mehr als gelohnt. Wie im Business üblich. 100% Sicherheit gibt es nicht auf ein Investment. Gibt es nie im Investmentbereich. Keine Immobilie, keinerlei Aktie. Es kann früher oder später zu einem Totalverlust kommen. Hier sind einfach meine persönlichen Erfahrungen, Positives sowie auch Negatives. Was hast du für Roboforex-Erfahrungen gemacht? Schreibe es mir in die Kommentare. Für Fragen und ähnlichem stehe ich dir in der Kommentarbox auch zur Verfügung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war euer Adam von produkt-kenner.de